Am Montagmorgen brannte in der Maxi-Wanderstraße in Hellersdorf eine Wohnung Lichterloh. Mehrere Familien mit Kleinkindern waren noch in dem Wohnhaus. Die Retter evakuierten die Familien über eine Drehleiter und das Treppenhaus. Außerdem brachten sie zwei Hunde in Sicherheit. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von ca. 100 Einsatzkräften vor Ort, versorgte die Verletzten und löschte das Feuer. Die Brandursache ist noch unbekannt. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt.